Hi, ich bin's wieder, euer J.K.S. Forever 101. Ich mache jetzt das F-Update, erster Teil. Ich beginne auch gleich, da ich wieder einiges vorhabe. Der erste ist Fakulchi. Netter, teeny Horrorfilm mit einer Menge guter Schauspieler, unter anderem Eliza Wood, Josh Hartnett, der R'n'B-Sänger Asche hat mir auch sehr gut gefallen in diesem Film und natürlich auch der Robert T.1000, Patrick. Ja, also von den Schauspielern her ist er super besetzt, auch von den Effekten her super. Also gefällt mir sehr und wer auf so eine Teenie-Flasher steht, sag ich mal so, ist das auf jeden Fall ein kleines Must-Have, sag ich mal so. Weil der Film ist echt extrem gut, muss man schon sagen. Ist ab 16 und auf jeden Fall empfehlenswert. Hier ist dann auch nochmal so ein kleines Chapter-Index. Ja, super Film, gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zu der Videospielverfilmung Far Cry mit Til Schweiger, ab 16. Uncut, Special Edition. Ja, der Film ist einer der wenigen akzeptablen Boy-Filme, muss ich ehrlich sagen. Der Cast ist, ja, okay. Udo Kier ist ziemlich gut, finde ich. Ralf Möller, naja, okay. Die Geschmackssache, Emanue LeVogé, Marcant Orsan, finde ich wirklich super in diesem Film. Aber der schlechteste Schauspieler hier in dem Film ist der Hauptdarsteller Til Schweiger. Und da muss ich ehrlich sagen, ja. Ich habe zwar das Spiel nur ein bisschen gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Film ist okay, aber Til Schweiger als Hauptfigur finde ich jetzt ein bisschen schwach. Ja. Ist aber jetzt auch nicht so unbedingtes Must-See. Dann kommen wir zu Fantastic Four Pack mit 1 und 2, also Rise of the Silver Silver, ab 12. Beide Teile in einem Schuhe. So, zack. Bin auch noch am überlegen, ob ich mir die auf Blu-ray hole und dann das sozusagen weg geht. Bin ich am überlegen, weil die noch nicht. Aber auf jeden Fall, diese Version ist erstmal ziemlich gut. Und beeindruckende Special Effects, gute Schauspieler, einfach an die sexy Jessica Alba. Also, mag ich sehr, die Filme. Aber ist auch wieder Geschmackssache. Dann kommen wir zu The Threat and the Furious Ultimate Collection. Das ist sozusagen fast, sozusagen die Erstauflage. Es ist nämlich die Steelbook. Diese Sache gibt es jetzt nämlich nur noch im M-Ray. Und im Steelbook ist es doch ein bisschen rarer geworden, also eine Seltenheit ein bisschen in dieser Fassung. Und ja, was soll ich schon zu Fast and the Furious 1 bis 3 sagen. Ich liebe alle Teile. 1 bis 50, also absolut geniale Filme. Super Action und super Autos, nette Girls. Also absolutes Must-Have für jeden Action-Fan. Eine Menge guter Schauspieler, Paul Walker, Vin Diesel. Ja. Und das Beste ist aber noch die Unterschrift von Tyrese Gibson, damals am 26.06. auf der Transformers 3 Premiere. Also absolut Kult-Verdächtig schon und ist eigentlich auch Kult. Dann natürlich noch Fast and the Furious 4. Neues Modell, Original-Teile. Auch ein ziemlich geiler Film. Weil die Leute mit, die im ersten Teil mitgespielt haben, der fünfte Teil fehlt mir nur noch. Und ich muss sagen, der fünfte Teil ist absolut genial. Genauso wie diese hier. Also Fast and the Furious ist wirklich eine super Action-Filmserie, die es wirklich in sich hat. Heiße Wagen, heiße Weiber und heiße Action. Also so kann man das in Kurzform mal sagen. Dann kommen wir zu Der Feuerteufel. Nach einer Geschichte von Stephen King mit Drew Berman. Und ich muss sagen, er fängt den Stil des Buches sehr gut auf. Ist auch eine super Verfilmung. Klar, die Bücher sind immer besser. Trotzdem aber muss ich sagen, Der Feuerteufel ist wirklich ein sehr guter Film. Macht mir sehr viel Spaß. Und ja, also dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe, muss ich doch sagen, der Film ist wirklich gut. Und dann natürlich noch Der Feuerteufel, die Rückkehr, der zweite Teil sozusagen. Der gefällt mir eigentlich jetzt nicht mehr so gut. Einziger Vorteil ist, hier spielt Malcolm McDowell mit, bekannt als Halloween unter anderem. Und Dennis Hopper. Und die Effekte sind auch noch ganz gut. Und deswegen ist das so ein kleines Ding, weswegen ich das behalte. Ja. Also, Feuerteufel 1, cool. Feuerteufel 2, naja. Dann kommen wir wieder zu einem cool Film. Fight Club auf Blu-ray. Mit Brad Pitt und Edward Morton. Ist ganz netter Film. Hat einige krasse Zähne schon. Und ich kann verstehen, weswegen der Jubeln darum ist. Also, wirklich ein echt netter Film. Vor allen Dingen dann auch noch mit Wendekammer ab 18. Und so keinem mit kleinem Inlay. Naja, da braucht man jetzt eigentlich. Aber auf jeden Fall netter Film. Mit, wo, eine muss ich ehrlich sagen, mit einem guten Brad Pitt, muss ich noch sagen. Obwohl ich jetzt nicht so der Brad Pitt-Fan bin. Dann kommen wir wieder zu The Final Uncut. Nächste Rache. Ja, das ist so. Er greift dieses Thema auf. Die Wobbing an den Schuhen. Und die Außenseiter rechnet sich dann. Also, so ist das kurz erklärt. Ist jetzt kein unbedingtes Must-See. Ich habe ihn mir nur damals geholt, wegen dieser, ähm, eben, wegen dieser, ähm, Sache. Wegen dieses Themas. Genau. Und deswegen habe ich mir den geholt. Er ist nicht schlecht, aber es ist kein unbedingtes Must-See. Nur da gibt es bessere Folterfilme. Und dann kommen wir zu einer Serie, die ich sehr, sehr liebe. Final Destination 1. Zwei, wohlgemerkt mein Lieblingsteil von allen fünf. Drei, in der zweiten Specialization, Steelbook, Limitierte Auflage. Ähm, ja. Und vier. In 3D mit den, mit diesen komischen Gründen. Während die bei, während drei und vier ab 18 sind, sind die ersten beiden ab 16. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, Final Destination ist eine geile Reihe. Final Destination 5, ähm, habe ich auch gesehen, finde ich auch genial. Das ist wirklich eine super geniale Serie. Und dann vor allem, wenn man alle zusammen sieht, merkt man, es bildet einen Kreis. Also, alle fünf Teile haben irgendwas miteinander zu tun. Und das ist doch wirklich super. Also, Final Destination ist einfach so ein kleines Franchise geworden, was doch... Äh, nicht hohe Namen gemacht hat. Und vor allem voran natürlich, zwar sind die Storys immer gleich, welche überleben und werden nach und nach gekillt. Allerdings ist bei Final Destination eher weniger die Story im Vordergrund, sondern mehr die Kills. Und deswegen, muss ich ehrlich sagen, die Kills sind absolut Hammer im Final Destination. Mein Lieblingskill befindet sich im fünften Teil, auf jeden Fall. Naja. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist Final Fantasy. Ich kenne von einigen Final Fantasy Fans. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag die Serie nicht. Ich habe aber schon mal gespielt Final Fantasy. Aber ich mag es einfach nicht. Aber ich kenne von einigen Final Fantasy Fans, die den Film wirklich nicht so toll fanden. Und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich auch nicht so toll. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es der erste CGI, komplett CGI gemachter Film ist und die Effekte sind, ist er wirklich akzeptabel. Man kann ihn sich ansehen. Aber, wie gesagt, ja, das ist mein Fazit sozusagen für mich. Ein netter CGI-Film mit netten Effekten, aber mehr auch nicht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Ding. Da beginne ich mal gleich mit Die Fliege 2. Ja, ich weiß, mir fehlt der erste Teil. Kommt noch. Kenne ich aber schon. Also, ich habe den schon mal gesehen. Und der zweite Teil ist auch gut. Hat zum Teil eklige Effekte. Und ja, also kann man absolut sehen. Nette Effekte, einige blutige Effekte auch darunter. Also, sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Wer den ersten Teil vielleicht kennt, oder wer die Fliege überhaupt noch nicht kennt, der sollte sich das mal auf jeden Fall ansehen. Dann kommen wir zu The Grudge, der Fluch. Mit Sarah Michelle Geller. Entschuldigung. Der Fluch 2. Und der Fluch 3. Ihr merkt, ich habe das alles in so verschiedenen Sachen. Einmal die Premium Edition hier. Die Premium Edition. Die normale und dann die Blu-ray. Also, finde ich schon ziemlich geil. Die Premium Edition hier vom ersten Teil. Da liegt auch noch der Directors Cut vor. Aber das ist egal. Und dann eben noch die normale Fassung. Ja, der zweite Teil. Also, ich muss sagen, erster Teil top. Zweiter Teil, naja. Dritter Teil, blöch. Flop, könnte man fast sagen. Ab 18 sogar. Selbst auch hier spielt Johnny Smith mit. Bekannt aus Saint. Er hat jetzt auch nicht mehr. Er hat einige Netzeffekte, aber mehr war es auch nicht. Während der erste Teil wirklich geil ist. Also, der erste Teil ist wirklich super. So, dann kommen wir zu Fluch der Karibik. Eins. Zwei. Und drei. Alle in der zweite Special Edition. Super geniale Trilogie. Natürlich noch den vierten Teil. Den hole ich mir noch. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe Johnny Depp als diesen vertrottelten Kapitän Jack Sparrow. Also, absolut genial. Liebe ich's. Auch die anderen Schauspieler sind klasse wie Orlando Bloom. Ähm, Kiara Knightley. Also, absolut genial. Menace. Eine Menge Specials. Äh, Specials. Aus den Zweiten. Ab 12. Also, besser kann die Fluch der Karibik-Reihe nicht sein. Klar, es fehlt mir noch der vierte Teil. So. Dann kommen Fluch der Karibik-Schwestern. Ab 16. Der Stil ist geil. Er ist schön düster. Er macht, hat schon, er hat nette Schauspieler. Und muss ich sagen, ist schon ganz nett. Finde ich. Hat auch einige gute Effekte. Aber, ich finde ihn jetzt zum Mal gucken ist er okay. Ja, wie ihr seht aus Videothek. Mit ein paar anderen Filmen. Also, absolut netter Film. Sollte man sich mal auf jeden Fall angucken. Dann kommen wir zum Fluch von Dark and Sports. Äh, und den Film liebe ich sehr. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich hab, äh, und die ersten 5 bis 10 Minuten gesehen habe, ey, ich hatte wirklich so ein bisschen Gänsehaut dabei. Weil die ersten 10 Minuten sind absolut genial. Natürlich ist der Film selbst auch genial. Aber, er hat so eine richtig gute Stimmung. Er ist düster. Er ist spannend. Hat auch gute Effekte. Und auch nette Schauspieler. Also, sollte man sich auf jeden Fall mal, sollte man auf jeden Fall sichten. Auf jeden Fall den Film. Ja. Dann kommt der Kultfilm The Fog von John Carpenter. 2. Disc Edition. Nebelin's Grauens. Also, absolut genial. Auch hier wieder mit der Screen Queen von damals, Jamie Lee Curtis. Also, absolut super Film. Der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Weil er auch sehr düster ist, sehr spannend wird. Und dieser Stil von John Carpenter ist einfach einmalig. Und, selbst auch das Ding aus einer anderen Welt war genial mit seiner, mit dieser ganzen Kombination aus Spannungen und so weiter. Und dieser Film ist genauso. Also, absolut must have und auf jeden Fall, auf jeden Fall sichten. Dann kommen wir zu einem der besten Filme. Nämlich Forrest Gump mit Tom Hanks. Hat sechs Oscar, unter anderem bester Film. Macht echt Spaß. Wird super erzählt. Ein grandioser Tom Hanks. Tom Hanks ist ja ein sehr guter Schauspieler. Und der Film unterstreicht wirklich, dass er wirklich einer der großen Schauspieler ist. Der auf jeden Fall sehr viel Talent hat und sehr viel Können. Der Film selbst ist auch wirklich super erzählt. Wie ich schon gerade gesagt habe. Hat auch nette Schauspieler. Also, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und wenn man den noch nicht hat, sollte man sich den auf jeden Fall holen. Wenn man ihn gut findet. Wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Dann kommen wir zum letzten Film. Das ist Forsaken. Die Nacht ist gierig. Der Film ist indiziert. Hat nette Schauspieler. Cara Smith, Brandon Fair, unter anderem. Ja. Netter Vampirfilm mit netten Effekten. Aber das war's auch. Er ist ganz abzettabel. Kann man sich ansehen. Muss man aber nicht. Ja. Das war's. Jetzt zeige ich euch auch mal kurz hier meine Übersicht an. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht vielleicht nicht Kommentare. Und bis dann.